Und damit willkommen zurück zu Pokémon Topaz. Ich habe alles nochmal genau gleich gespielt. Das bedeutet, sämtliche Erfahrungen zu gewohnen, exakt identisch an meine Pokémon verteilt. Mit Ausnahme der beiden Trainer dort unten. Ich habe es getestet. Solange der Forscher dort unten im Bild ist, tritt der Bug auf. Das bedeutet, selbst wenn ich wilde Pokémon habe, solange der Forscher im Bild ist, ist das Spiel dann kaputt. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Grasbüschel hier betrete und da ein Pokémon drin ist, ja, dann wäre es kaputt. Zum Glück ist es nicht passiert. Und wie ich schon weiß, man kann hier durchreden. Das ist im Hintergrund, warum auch immer. Auch getestet habe ich natürlich, ob ich gegen den kämpfen kann, gegen den Forscher. Und das funktioniert, deswegen machen wir ihn auch. Allerdings kenne ich nicht, dass Pokémon es hat. Da habe ich extra die Hand vorgehalten. Und das war eine gute Entscheidung, schätze ich. Denn es sieht nicht gerade wirklich toll aus. Oh, okay. Also zum Ruf her ist es wie Pitys. Das heißt, es müsste eigentlich ein Gifttyp sein. Dann habe ich eine gute Weile getroffen mit deiner Form, dass man noch ein Leveln muss. Komm, effektiv, effektiv, effektiv. Yeah. Hahaha. Ich merke schon, Dinosaur. Du möchtest im Team bleiben und ich merke das. Ah, alter! Das waren jetzt fast zwei Leveln. Krass. Okay, du noch. Der Pirat noch wieder. Und er hat Froggy. Bloß weg, damit. Bloß weg. Dann die 21 hole ich mir noch. Die haben genau gereicht auch fürs Leveln ab. Und... Aber gegen weiter Pokémon musst du nicht unbedingt drinbleiben. Exi! Sollte ich es auch noch unbedingt entwickeln in dieser Session. Das möchte ich so sicher. Von Squeak. Das ist Tentacher. Das heißt, Dinosaur kann zurück, wenn das kann es fliegen. Guckt euch das an, ey. Schnell in den ersten zwei Minuten der Aufnahme schon zwei Level höher gebracht. Ja, das nenne ich schnelles Tränenraum. Jetzt hoffe ich auch mein Glück. Glück. Tschüssi! Dinosaur! Ja, verwirre mich noch mehr, als ich ohnehin schon versucht bin. Dinosaur. Yes, schaffst du es. Ja. Skip. Danke. Haha. Wieder zur Hälfte gefüllt. Finde ich sehr gut. Okay, ich habe gerade schnell mein Dinosaur ausgehen geheilt. Denn das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann mal gefunden habe, wie ich die Beeren einsetze. Weil ich so toll war, mich denn nicht verdrückt habe. Ich habe mit 27 Beeren geheilt. Dann sind wir auch schon fertig, ne? Sehr gut. Es geht schneller als erwartet. Boah. Schnell weg. Dann können wir es nach oben. Noch ein Vorschein. Noch ein Forscher. Und der redet ebenfalls von Antidotes. Was haben die da mit ihren Gegengiften hier? Setze bitte auf ein Gift-Pokémon ein, das wäre sehr praktisch. Das ist ein Schluck-Pok. Vom Ruf her. Von daher... Versuchen wir es. Komm schon. Ich bin richtig heiß drauf, dass man Dinosaur levelt. Und es ist effektiv. Das ist so toll, ey. Das ist nicht so toll, ey. Ja, ich schlafe jetzt genau, während ich unten bin. Das ist praktisch gewesen. Das hier ist doch nicht die Marmonbeere. Ja, genau. Hast du gerade einen KP-Schaden gemacht? Es hat einen KP-Schaden. Es hat einen KP-Schaden. Wow. Und es kann nichts anderes als Partner. Oh Mann, nein, ey. Hört auf, mit einem... Hast gerade eine Gift-Attacke eingesetzt? Das ist kein normales Pokémon. Das kann eine Gift-Attacke. Hier, Jaws. Tja, Axie ist leider weg, aber dafür ging sämtliche EP an Dinosaur, was sehr gut ist. Chemistry ist fun. Naja, gut. Kommt drauf an, ne? Kann schön sein, kann schlecht sein. Je nachdem. Wow, Mann, ey. Ey, Fun-Doc. Das kann man auch besiegen. Wenn ich nicht gerade paralysiert bin. Schau was. Komm, komm, komm. Am wilden Pokémon leveln. Danke. Ich habe gerade mal ungefähr 5,5 Minuten und ich habe jetzt schon 3 Level-Ups mit Dinosaur. Wie gut... Das sind dann wohl die Autos. Das sind dann wohl die Autos. Gut, ich nehme an deiner Kursor von der Spitze. Also es sieht blöd aus. Das war aber nicht anders zu erwarten eigentlich. Ist das jetzt das Rätselhaus da? Bitte sei das Rätselhaus. Ja! Rätselhaus-Exten. Das machen wir auf jeden Fall jetzt in der Folge. Klar. Bin gespannt. Ja, natürlich sagt er WTF, ja. WTF. Wenigstens müssen wir hier keine spanischen Passwörter eingeben. Ich erinnere gerne an Quasten. Oh je, oh je, oh je. Das Haus der neuen Kids. Oh, oh, oh. Findest du das gut, dass wir hier neuen Kids da hacken? Herr Goff, findest du das toll? Was ist das? Das ist kein Stardard. Nee, das ist kein Stardard. Das ist ein Stil. Ah, versteht man? Das hat er den Ruf von Panzer Eron, ne? Geht das mal ein bisschen schneller hier? Kalle kommt direkt her, Kalle. Das war eine Laufbeck. Shadow Bash. Mann, Mann, ey. Hau es weg. Ist das wie Hauskatze von Darth Vader oder bei einem Heißen-Star-Fold? Darth Dogs. Tschüss. 506, oh, hab' fast mit dem Level. will ich weiß ja wir mit meinen pokémon weiter machen möchte zwei die ich gehen trainieren möchte sind schon weg egal wofür trainer sind ja der stücker müssen vorher denn jedes mal wir haben gar nicht so wie kann man nicht geben spinat kriegt aber eine krisse zum halten und hp können wir auch mal besitzen wir haben auch den mhp und können weitermachen dass ich mich wieso bist du denn überhaupt hier dritten ich meine beim namen trickhaus müssen wir nachher ahnen können in welchem gebäude man sich befindet also es wird nicht schöner heute definitiv nicht du siehst mal richtig dumm aus wow brian konnte sogar besiegen ich habe nicht ein einziges und es wird ja noch immer schlimmer es wird auch noch immer schlimmer was ist denn gut das bei aber das macht man so viel den nein bitte mit ständer das ist ekelhaft dass die mache es endlich weg deine sommer macht irgendwas besiegt das scheiß ding ich will nicht mehr danke und das feier noch mehr das feier das macht keinen schaden das macht keinen schaden an mann ja da eine so was du komm jetzt wieder ergeben ich bin mir nicht zufrieden damit mit welchen kuchen und ich würde gerne andere trainieren Ja, da oben wird das Ende sein. Das heißt, die Rolle ist hier irgendwo. Schnell durch hier. Wer ist denn vorne von euch? Der Spinat kann es noch am ehesten gebrauchen. Komm mal her. Du darfst den da machen. Ist Rick out. Ist weird. Nicht nur das, die Pokémon, die ihr einsetzt, sind noch schlimmer. Oh, und dann kommt er mit einem Classic Comeco um die Ecke hier. Classic Comeco. Ey, ich hasse jetzt übrigens mit diesen Attacken anzugreifen, die mehrere Runden dauern. Die machen zwar Schade, aber es dauert halt. Ich spule heute ganz schön viel vor in der Folge. Es ist dann wirklich jetzt zieht sich sonst mit diesen Attacken. Das muss nicht sein. Fast up, fast up, fast up. Ich treffe nicht mal mehr. So. Schnell den Code hier nehmen. Ja, ja. Ich gewinne die Schuhe vor dir. Das tut mir leid jetzt. Dass ich vor dir dieses Toll daraus verlassen werde. Weg, weg, weg. Und was haben wir für ein Passwort? Okay, die sind gleich. Schade. Ich hätte gerne lustige neue Sprüche gesehen. So. Du costumes haben nun wahrgenommen die Teile. Dann sind Geräusche. das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht und das gefällt mir sogar das will ich ehrlich gesagt haben das sieht echt cool aus ich will das echt haben ich mag das das sieht echt gut aus es kann sogar blubber es kann feuer und wasser anpacken wie gut ist das denn ich fange das jetzt ich werde jetzt hier bleiben und das fangen schnitt jetzt hat es paralysiert gerade ich muss das haben wie gut war das denn perfekt abgepasst perfekt abgepasst komm fang es fang es fang es ist es weiblich egal wie nenne ich das fisch pokémon das ist richtig geil das dinge und du hast stäbchen weil es mich an fischstäbchen erinnert wenn man das berät städtchen ja das sieht ein bisschen komisch aus mit dem ae aber es gibt leider kein er oder gibt es nicht einfach nicht gefunden das kann natürlich auch sein ich habe einfach nicht geguckt und dann später abgeholt bei der box welche nächsten stadt wird er wird weggehen pokémon ist alle drei und da eigentlich mehr wie nun hier sie kann und wenn ich jetzt endlich ganz mit spinat es ist halt nach vorne auch wie es gibt es gibt jetzt habe ich nicht gesehen was kommt egal drillie ich kenne so schön viel tritt mit meinem drillie mit meinem drillie vor allem mit meinem dinosaur ich habe jetzt immer ein drillie aber ich werde es nie einsetzen wahrscheinlich und 16 für deine mani wir haben wir wieder einmal die losbekommen schön ich liebe es einfach mich jedes mal unterzugraben und dann die pokémon schön zu treffen ich hoffe halt ich lerne noch ein paar bessere attacken die dann mehr schaden machen dass ich nicht jedes mal so vorspulen muss aber das hier war sehr gut ich sage mit deinem bei statik statik ist schlecht timi hätte man eine helfe eingesetzt aber so hast du viel verloren council update ja gut das ist ja klar dass das getrennt ist die beiden sachen hier man ey danke wir mit gehen auf dem schild weg geht von dem schild weg so ok das war das hatte ich jetzt echt gelohnt das hat sich so gelohnt ich kämpfe gleich gegen meine bahn ja beziehungsweise gegen meinen blocken ja genau ja auf ehrlich nicht nach